Hallo Paderborn, wir haben gerade gespielt. Am allerbesten wäre es, also man kann es ja alles gar nicht immer so beschreiben, diese ganze Sache da. Aber wenn man mal jetzt so die neue Schnitttechnik von Fred Schnett ermöglicht, dass ich per Schnips in die Vergangenheit zurückgucken kann. Ich zieh von der Bühne, Bäume bis zu den Wüpfeln, es ist unglaublich wie hier, die Leute bei uns hüpfen. Dazu wünsche ich mir nur ne Kippe, groß wie's Matterhorn. Auf dem Probe gefällt euch heute Abend hier in Paderborn. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Diese Pferde wird die Dinge sammeln an und es wünscht sich auch für sie ein Leben lang. Diesmal ist es ja auch so, denn wenn sie zuerst mit uns, weiß ich, dass es auch wieder ein Ende ist. Ja, 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 es ist ja auch so, denn wenn sie zuerst mit uns, war alle hofflos, Und hat Pensen zu viel versprochen? Ich denke nein, denn ich bin es. Der Versprecher der Nation. Wir kommen bestimmt bald wieder. Wir freuen uns auf einen schönen Festivalsommer. Also das war der Anfang und wuh! Ja!